Indiens Premierminister Narendra Modi besucht am 23. August Kiew. Während dieses Besuchs wird er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj treffen und erwartet, ein Abkommen voranzutreiben, um den Krieg mit Russland zu beenden. Modi stellt sich als eine Person dar, die die Friedensvermittlung erreichen kann, während die russische Invasion in der Ukraine vor zweieinhalb Jahren begann und die Ukraine in den letzten Wochen eine Offensive auf russischem Territorium durchführt. Kein Problem kann auf dem Schlachtfeld gelöst werden, sagte Modi vor dem Besuch und fügte hinzu, dass Indien Dialog und Diplomatie unterstützt, um Frieden und Stabilität so schnell wie möglich wiederherzustellen. Er ist der erste indische Premierminister, der die Ukraine besucht, seitdem die beiden Staaten vor über 30 Jahren bilaterale Beziehungen aufgenommen haben. Modi erklärte, dass er plant, über Pläne zur Vertiefung der Freundschaft zwischen Indien und der Ukraine zu sprechen. Indien wurde von einigen westlichen Staaten kritisiert, nachdem Modi sich letzte Woche in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen hatte. Sein Besuch fiel mit einem tödlichen Raketenangriff Russlands auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew zusammen. Dieser Angriff wurde von der internationalen Gemeinschaft verurteilt. Besonders die Vereinigten Staaten hatten Bedenken bezüglich Modis zweitägigem Besuch in Russland geäußert, da Washington Neu-Delhi als wichtige Säule seiner Strategie zur Eindämmung des chinesischen Wachstums betrachtet. Bis zum nächsten Mal.